In diesem Video möchte ich euch das sanft und sicher Toilettenpapier von DM vorstellen. Dieses Toilettenpapier stelle ich euch einfach vor, weil es einfach und bequem wie Amazon bestellbar ist. Da habe ich jetzt ein Toilettenpapier-Abo gemacht und da kriege ich alle zwei Monate mein Toilettenpapier, ohne das einkaufen zu müssen. Und das kostet noch dasselbe wie bei DM. Und wenn man Amazon Prime hat, ist eigentlich das eine sehr gute Lösung. Entschuldigung, man bekommt dieses dreilagige Toilettenpapier in Zweierpack, das heißt zweimal acht Rollen. Und ja, so sieht so eine Rolle aus. Das ist Recyclepapier und das ist doch eigentlich ein guter Beitrag für die Umwelt. So sagt es zumindest hier diese interessante Verpackung. Es sind acht Rollen mit 200 Blatt und wenn ich jetzt hier so ein Toilettenpapier habe, dann muss ich sagen, es gibt sicherlich weicheres Toilettenpapier, aber es gibt garantiert auch irgendwas, was kratziger ist. Wir kommen eigentlich super damit klar. Wenn man Anspruchs, ja also ich meine, wer hat generell Ansprüche an Toilettenpapiere? Das finde ich immer sehr interessant, wenn Leute sagen, meins muss mindestens fünflagig sein oder ähnliches. Ich finde, der Otto Normalbürger dürfte mit diesem Toilettenpapier vollkommen klarkommen. Es kommt regelmäßig nach Hause und ich finde, es ist auf alle Fälle so ein Abo wert. Man hat dadurch keine Rennerei mehr, man tut was Gutes für die Umwelt, es hat ein Umweltsiegel, das ganze Ding und man hat echt diese DM-Markenqualität. Also gerade diese DM-Reihen, die Hausmarken, wo muss ich wirklich sagen, bin ich eigentlich noch nie so richtig reingefallen und ich komme damit eigentlich super klar. Und bei Toilettenpapier kann man echt sagen, ja, was soll man da falsch machen? Also, das war es von diesem Video. Unten habe ich den Link hineingepostet. Ich finde besonders gut dieses Toilettenpapier, wenn man es im Abo macht und somit braucht man sich keine Gedanken mehr über sein Toilettenpapier machen beziehungsweise den Einkauf desselbigen. Okay, macht's gut. Tschüss!